Hallo ihr Lieben, hier bekommt ihr einen kleinen Einblick in unseren Alltag mit unseren Hunden und zauberhaften Traumwelpen. Ja, und ich habe das Video auch einzigartige Prägung deines Welpens genannt, weil es so viel ausmacht und zu einem großen Unterschied macht, wie dein Welpe die ersten acht Lebenswochen erlebt. Und hier sieht man unsere Tochter und meinen Mann und eine kleine Fellnase. Sie werden bei uns auch an Wasser gewöhnt. Die Fellpflege ist einfach auch total wichtig für den Lagoto, dass er das entspannt einfach auch mitmachen kann. Und wie ihr seht, ist die kleine Maus da sehr entspannt und macht das richtig gut mit. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen Samstag. Und ja, wenn du Fragen hast, wenn du interessiert bist an einen Traumwelpen, wenn du dir Unterstützung wünschst bei deinem schon vorhandenen Lagoto, dann melde dich bei mir. Ich bin für dich da. Eure Svenja von den Lagoto von den Bergamottis. Ciao. — özetra." Vielen Dank.